Größe ist nicht alles, die kleinere Truppe wir sind, dafür größer im Geist. Ist vielleicht mentale Stärke viel wichtiger als alles andere? Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid. Worunter leidest du persönlich im Moment? Und welche Ängste lehnst du vielleicht noch ab? Zorn, Furcht, Aggressivität, die dunklen Seiten der Macht sie sind. Besitz ergreifen sie leicht von dir. Lässt du dich im Moment vielleicht noch leicht aus deiner eigenen Mitte drängen? Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen. Verschreibst du dich bereits den Dingen, die du umsetzen möchtest, voll und ganz? Vorsicht du walten lassen musst, wenn in die Zukunft du blickst. Die Furcht vor Verlust ein Pfad zur dunklen Seite ist. Bediene dich deiner Vision mit Bedacht.